Es wird schwer. 48 plus 66. Minus 25 plus 7. 48 minus 46. 84, 100, 96. Wann hat sich Take That getrennt? 96. Wann verlor Henry Maske seinen letzten Boxkampf, 1900? 96. Wie alt wurde Helmut Schmidt? 96. Wie viel kostet der Jahresbeitrag für passive Mitglieder? 96, 96. Nein. 96 klappt. So, Sarah geht gern zu Tante Marianne, denn die hat einen Dackel. Der heißt Balthasar. Balthasar und Sarah sind dicke Freunde. Immer wenn das Mädchen kommt, wedelt der Hund mit dem Schwanz. Das macht er eine Minute 32 Mal. Neulich wedelte er drei Minuten. Dann hat er 96 Mal gewedelt. Bei wie viel Grad liegt der höchste Siedepunkt von Wasser? Bei 96 Grad. Wann wurde Deutschland in London Europameister? 96. Welche Bundesstraße führt von Zittau bis nach Sassnitz? Die 96. In welchem Jahr wurde Valdi Anton geboren? 1996. Wie groß ist Ciaoni? 1,96. Danke. 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 Vielen Dank.